hallo und schön dass wir dabei bist heute will ich gerne mit dir über das thema suchte dein umfeld sorgsam aus ich weiß nicht ob ihr jim rohn kennt es war einer der renommiertesten motivationstrainer in den usa leider verstorben jetzt aber der hat mal gesagt du bist der durchschnitt der fünf menschen mit dem du dich die meiste zeit umgibst und da ist so was wahres dran also schau mit wem du deine meiste zeit verbringst mit wem du dich jeden tag unterhältst mit wem du jeden tag unterwegs bist schau dass du dein umfeld pflegt weil dein umfeld kann sich nach oben ziehen extrem nach oben ziehen oder dein umfeld kann ich extrem nach unten ziehen und da musst du dir wirklich gedanken machen und im zweifelsfall auch sich von leuten trennen also es muss auch nicht sein dass du dich von deinen langjährigen freunden trennt oder so und das muss natürlich nicht sein aber ich würde mir halt überlegen wie oft du dann halt mit den zeit verbringst und wie oft du halt mit anderen leuten zeit verbringst die dich einfach weiter bringen dann vergiss nicht du hast einfach nur ein leben und schau dass du nach vorne kommst und du kannst natürlich mit denen treffen und so also überhaupt gar keine frage aber ich würde mir wirklich gedanken machen wie oft du dich halt mit denen triffst und das ist wirklich essentiell denn ich merke selber mit den leuten die dich pushen da kommst du automatisch nach vorne es gibt dir so ein rückenwind so ein tritt in den arsch sage ich mal ja dass du einfach selber dann vollgas geben willst und power haben kannst und einfach nach vorne gehen kannst also schau und auch im gegenteil also wenn du nur die ganze zeit enten gequake ist und immer wieder über über andere menschen geredet wird oder über das wetter geredet wird und die üblichen themen wie du wahrscheinlich auch kennst das bringt dich überhaupt nicht nach vorne und ja leider ist es halt oft so der fall und ja grenzt dich abschaut dass du nach vorne kommst und das wollte ich hier nur mit geben es hat mir auf jeden fall extrem geholfen und so weiter voranzukommen im leben und das empfehle ich dir auch viel spaß dabei und gib voll gast schau